Ich sag Kratz! Ihr sagt Zocker! Kratz! Zocker! Kratz! Zocker! Oh, so war die Enchanted Edition. EGAAAAR! Machen wir weiter, Freunde. So, Audio. Noch mal da ein bisschen lauter. So, da. Und setzen die Geschichte fort. Guck mal, wie lange wir das heute machen. Drücken Sie eine beliebige Taste! Beliebig! Ich hab deine Taste! Oh Gott, ähm... Shhh! We shouldn't care for you! Okay! Teddy, ich hab keine Ahnung, was wir machen wollten. Und damit auch wieder herzlich willkommen, YouTube, zu einer weiteren Folge von Let's Play Among the Sleep! Und im lieben Stream sag ich auch mal ein schönes Kratziru! Oh! Ich hab einen Plan, wo wir lang müssen! Teddy? Hm? Wo müssen wir hin? Njam, njam, njam! Und die Eulen hier. Äh... Ah! Okay! Nehmen wir die schöne Butterblume. Teddy! Teddy! Was ist denn mit dem Teddy? So! Teddy knuddeln! Jetzt muss gleich viel besser! So! Äh... Äh... Njam... 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 Tja! Verdammt. Verdammt noch eins. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich hab keinen Plan. Na? Kann ich die Eulen wieder aufheben? Eulen? Eulen? Nein. Ähm, okay. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Nein. Hm. Äh. Ich geh einfach mal weiter gucken. Jetzt sind wir noch irgendwas. Feiern. Okay. Hallo? Ja klar. Nimm mal eine Säge mit. Schubidubidu. Ritzeratze, Ritzeratze. In die Brücke eine Lücke. Oder so ähnlich. Ich hab keine Ahnung, warum wir das mitnehmen. Können wir vielleicht den Baum umsägen? Nö. Ich leg's mal da hin. Ich hab keinen Plan. Ich hab absolut null Ahnung. Und ich würd's sagen, wenn in 20 Minuten keiner da ist, ist halt schon recht relativ kurze. Machen wir ein anderes Spielchen. Das können wir noch mitnehmen? Okay, wir können nur die Tür zumachen. Okay. Nya. Äh. Nya. Sag ich doch. Hallo. Tadam. Tsch. Ha. Tadam. Wieso kann ich dich nicht... Hallo? Ich will dich mitnehmen. Ich will dich mitnehmen. Du bist zwar keine Euler, aber du kommst jetzt trotzdem mal mit mir mit. Na, 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 na. Ich hab keine Ahnung. Lass mich da vorbei. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. 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 Und er speichert wieder. Ja, ist ja nett. Ja, uns fehlt noch eine Eule, aber ich weiß nicht, wo die ist. Schauen wir mal da lang. Ah, neue Tastatur. Ah, bleib da. Bleiben sie da. Hallo. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und andere haben das Spiel sicher schon längst durchgespielt. Ich kann nicht eigentlich springen, irgendwie. Warte. Optionen. Ich wollte schauen in die Optionen. Gescheuerung. Ja, da ist es egal. Ich muss jetzt nicht wieder. Ich kann nicht klettern. Ich kann nicht springen. Oh mein Gott. Heul doch. Servus, Jerry. Grüß dich. Herzlich willkommen. Wir sehen hier einen Gradzocker, der nicht weiß, wo es weitergeht. Voll auf Drogen und frei. Heute wieder Frühschicht. Hat der gute Herr heute wieder. Frühschicht. Da-dam. Da-dam. Ich kenne das Spiel nicht mehr. Äh, ist Among the Slilililililililip. Hey, Eulie. Bist du da reingekommen? Ich muss kurz aufstehen. Äh. Erstmal nicht. Tja, Eulie. Ähm. Wir hoffen, dir geht es gut da drin. Gibt da einen Stein weg. Okay, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, den Stein wegzukriegen. Bis Dienstag. Äh. Hallo. Ich bin ein kleines Kind auf Drogen. Tun Sie mir nicht. Bitte tun Sie mir nicht. Was haben wir hier? Eine Zeichnung. So. Oh. Speichern. Cool. Einmal fahren, bitte. Ja, okay. Hm. Bäääh. Bäääh. Kann ich da hochkrettern? Nein. Okay. Äh. Da kann ich auch nicht hoch. Hä? Hä? I am verwirrt. Ich bin... Hallo? Hallo? Ich bin ungeduldig. Hallo? Äh. Wir gucken da. Nee. Ssss. We should be careful. Ja. So, Teddy. Wer nicht verwirrt, wird verwirrt. Richtig. Mein Lebensmotto. Wo weiß die Eule? Äh. Gut. Wir können nicht durch den Busch. Was? Mit einer, wie geht es? Kann vi hochkrettern? Ja, nice. Ja. Ha? 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 Q500! Nice! Hallo Eule! Such die Head durch! Hermine Harry Ron! Hagrid! Ah! Nice, das hat gespeichert! Mr. Dumbledore! Herr Severus, nee! Ich hab die Eule gefunden! Ganze elf Minuten! Wir haben in den ganzen elf Minuten eine Eule gefunden! Wow! Nice! Wir sind gut! Ja! Und Confused schon wieder! Eine nette Frage! Ähm, was gab's zum Mittagessen? Hä? 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 Äh! Was ist denn passiert, wenn wir die fünfte Eule da rein geben? Er speichert wieder! Ja, er speichert! Mozzarella! Warte, warte, warte! Mit Tomaten! Nice! Mit dem ein bisschen Licht machen! Oder? Hä? Ich schwänze! Ich schwänze! Und... So, jetzt aber! Ich schwänze! Äh! 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 Du, 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 du! Keine Ahnung, was wir hier machen! Du, 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 du! Also! Wascht im Hals? Jep! Nee, eigentlich nicht! Äh! activ! Oh! Gehen wir da nicht durch? Hallo. Jetzt. Okay, ich muss weiter kriechen. Huhuhu. Mama. Hallo, Junge. Oh, hallo, Eule. Noch ein Bild. Ich sag dir noch ein Bild. Er speichert wieder. Na, Hedwig, 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 Hedwig. Na ernsthaft, kannst du dir oder ich weiß nicht, ob Lörker auch da sind? Hallo, Lörker, falls ihr da seid. Hi. Könnt ihr euch eine, eine, na, wie heißen die Viecher schon? Eine Eule. So, als Haustier vorstellen. Und wenn ja, welchen Namen hätte die Eule dann? Hoi. Ja, spiel. Ja. Hast du gehört, Kinder? Dann ab ins Bettchen. Oh. Das ist die Melodie. Dann ab ins Bettchen, da. Oder. Äh. Okay. Keine Eule. Aktiv. Ja, weil das ist hier nur nachtsaktiv. So ein Bild. Cool. Yay. Was ist das creepy? Kann da jemand einen Remix draus machen? Das macht voll Spaß. ganz nah ist das Baby, der Opa, da. Na, 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 na. Aber jetzt müssen wir mal weitergehen. Nein, oder doch nicht. Ja, komm, wir gehen weiter. Nein, wir gehen doch nicht weiter. Und wir gehen weiter. Nein, wir gehen doch nicht weiter. Doch, wir gehen weiter. Nein, wir gehen doch nicht weiter. Und wir gehen weiter. So. Jetzt aber wirklich. Ja, ich hoffe schon wieder. Wieder aufstehen? Na, auf eine neue Rutschpartie. Und ich würde sagen, hier ist YouTube, wir rutschen in der nächsten... Nein, wir rutschen nicht. Wir rutschen noch durch, komm. Eins, zwei, zwei und eine Viertel. Drei und noch ein bisschen. Und runter. Drei. Ich sagte Drei. Da. KARDANGO! We made it back. Äh, Ähm, Teddy? Wir sind jetzt wieder bei... ... Mit diesen Worten würde ich sagen, ich verabschiede mich mal hier bei YouTube. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch gerne beim nächsten Video wieder rein. Lasst gerne ein Abo und Like da. Und... ...grüßt eure Teddybären von mir. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi!